Herzlich Willkommen Leute zu einem neuen Produkt Video und zwar habe ich heute wieder, ihr seht schon, eine Knallkette. Und zwar habe ich heute den Thunder String 500 von Rubro Feuerwerk. Ja, ich wollte doch sagen, das war sehr schmackhaft, sehr schnell, richtig schönes Tempo, auch für eine Schwarzpulverkette ist ja auch wieder F2 Silvester Feuerwerk und dafür war es richtig heftig. Bis zum nächsten Mal.